Moin Leute! Was geht? So, Kamera an und ich begrüße euch zu einem neuen Real-Life-Video, wenn man das mal so nennen darf. Und heute mal wieder zu meinem neuen Format Wissen ist Macht. Wissen! Das war schon in der damaligen Zeit, vor vielen hundert Jahren, vor vielen tausend Jahren, vor Christus, vor Christi Geburt, war es wirklich so, dass Wissen Macht war. Leute, die lesen konnten, Leute, die schreiben konnten, das waren die mächtigen Männer. Das waren Männer, die konnten Briefe verschicken, die konnten Botschaften vermitteln und heute ist das Wissen frei verfügbar. Internet heißt die Wunderwaffe. Ja, Internet, das ist ja wirklich ein unglaubliches Format. Aber im Internet steht natürlich auch sehr viel Quatsch, viele Lügen und viele Unwahrheiten. Und um dieses Wissen besser zu bekommen, gibt es natürlich verschiedene Seiten, wo man hingehen kann. Das Beste zur Seite, wie ich persönlich finde, ist Wikipedia. Dort ist wirklich 99% des geschriebenen Wortes auch richtig. Dann gibt es andere Formen, Formate, wie zum Beispiel, wie ich will jetzt gerade den Namen nennen, nennen wir es einfach mal Verschwörungstheorie.com. Da würde ich euch jetzt die Information nicht nehmen. Das sind nur Lügen und so. Naja, aber wissen, das ist mein Format. Wie funktioniert eine DVD? Wie funktioniert eine Blu-Ray-Disc? Wie funktioniert ein Fernsehgerät? Wie funktioniert ein Computer? Was ist ein Mikrochip und was ist da alles drin? Wie funktioniert meine EC-Karte? Diese Themen werde ich ansprechen. Und ich hoffe, ihr bringt natürlich auch viel Interesse mit, weil das auch mein neues Projekt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich wollte nur mal sagen, dass dieses Projekt kommt und haut rein. Bis dann! Ciao!